Level 1 versus Level 100 Level 1 Oh nein, wir müssen so viele wie möglich sammeln Und dann haben wir hier nochmal einen Schlüssel Und müssen natürlich jetzt schauen, dass wir hier Oh Mist, ich bin so schlecht Level 100 Alter, das sieht ja richtig wild aus Okay, das heißt also Wir machen jetzt überall Goldspuren Und wir haben den komplett in Gold freigeschaltet Das ist mega